Laura Müller und der Wendler sind auf Shoppingtrip für Babykleidung. Im Februar überrascht das Paar seine Fans mit süßen Neuigkeiten. Die beiden bekommen ihr erstes gemeinsames Kind. Einblicke in ihre Schwangerschaft gibt die 22-Jährige seitdem vor allem auf ihrem Onlyfans-Account. Jetzt gibt es aber ein weiteres Update des Musikers und seiner Liebsten. Ein Promi-Flash-Leser lichtet sie vor wenigen Tagen in einem Einkaufszentrum in Florida ab. Zuerst geht es für die Hochschwangere und den 50-Jährigen an den Fast-Food-Stand, dann schlendern sie in einen Laden für Babymode. Vor allem Kleidung für Jungen hat es den baldigen Eltern dabei angetan. Bedeutet dies etwa, dass die zwei einen kleinen Sohn erwarten? Schon seit einigen Wochen wird spekuliert, ob das Pärchen einen Jungen bekommt. Bisher halten sie das Geschlecht ihres Nachwuchses aber noch geheim. Doch egal, ob sie einen Sohn oder eine kleine Tochter bekommen, So wie es aussieht, können Laura und der Wendler ihren Nachwuchs schon in wenigen Wochen in den Armen halten.